Und willkommen zurück zu FIFA 15 Und wir hoffen, dass wir diesmal nicht gegen diesen hässlichen scheiß Robben spielen Dann spielen wir gegen den hässlichen scheiß Ronaldo Können die nicht mal andere Mannschaften spielen? Und dann spielen wir gegen den hässlichen scheiß Messi Juventus, oh was neu So, schade Und kann, der kann glaube ich weit werfen, ne? Keine Ahnung, ob das der war Oh Gott, der wird das sonst tun Das ist so schwer zu kommen, wo er hinwirft Schönes Passspiel Lichtsteiner Passt du zu denen da oben? Wollte ich doch, du hast mich geblockt Oh, mit der Hacke Man 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 Da dreht sich erst mal um Das Stadion de la Alpi war wirklich unbeliebt Ein reines Fußballstadion Über die medizinischen Und jetzt sind alle glücklich Jetzt tauchen Oben hin Man Junge Der eine wartet, dass der Ball kommt Dann kommt der Passkacke mal Der zum Beispiel Ich hab mal umgedrückt Das ist das alles Das alles und noch viel mehr Wenn der Kette oben durchlaufen Jetzt hast du noch ein bisschen weggebrochen Ja, hab ich Der Zuerst wollte er den Vorteil geben Aber dann kommt der Pipp Macht der Moonwalk? Der schiebt mich da Nein, die laufen aber rückwärts Zum Fänger wechseln Rechter Stick Hab ich gedrückt Jetzt bist du das aber Ja Warte mal, ich lauf jetzt mal da hinten hin Spiel mal da Schlag mal hin Kommt der zu mir? Der kommt zu mir? Das ist das also doch Der andere schießt dann aber bloß Ja, der andere schießt dann aber Lauf, Willian Willian von Lichtenstein Willian von Lichtenstein Oder hieß er nicht so? Weiß ich nicht Oh Wir sind doch nicht direkt Da wär ich sonst nicht mehr rangekommen Ja, aber ich Ja Aber komm Da hat man schon längst gedrückt Bevor Deiner überhaupt in die Richtung gelaufen ist Wie er mich noch wegdrückt Da kommt eine Flanke Die kommt gut Nein Gut mitgespielt Der geht im entscheidenden Moment entzwischen Das ist eine falsche Länge Abseits Ich nehm ihn die Ball abseits Man darf ihn in den Strafraum und nicht mehr die Ball abnehmen Dann ist es abseits Das ist Das ist Das ist Das ist Das ist ein Spieler, der Feld ist meine Idee Oh mein So, jetzt ist wieder Abwehrarbeit gefordert Lockergefahren Ein bisschen früh gespielt Alter Wie der mich eisgalt ausrennt Einwurf Da hinten wirst du gut hin Jetzt Ball her Los Meinst du dich eben in deinem Versuch? Ich hab doch meine Zweifel Was da noch zum Abschluss kommt Ja klar Aber geht das hier auch? Ne Dann schlagen wir die wie immer Guck, wenn ich jemanden abdränge ist das immer sofort Dass sie Vorteile haben Aber die, boom Die hauen mir noch den Ellenbogen ins Gesicht Das tut doch weh Ich hab die nicht bekommen Ja, hat's gefunden So toll war das Ziel Ja Okay Hier ist Endstation, Freundchen Ach, die haben einen Wurf So, der hat gedacht, der hat ihn rausgeschossen Ja So kann ich mich irren Das tue ich ziemlich oft Anstelle auf den zu spielen, den ich jetzt hier abfällt Das wäre der wesentlich leichtere Pass gewesen Hör doch auf zu rennen, Oskar Also nicht, Oskar, ich hab mit Oskar den Ball gespielt Ich hab keine Ahnung, wer das war Kosta Ach, die Eisen alle gleich Ja, voll gleich, Kosta und Oskar Ja, die sind alle Oskar Ja, schön Ecke Machen wir doch fast nie was draus Nö Warte mal, Empfänger wechseln Ich hab ihn gedrückt Das funktioniert nicht Jetzt Okay Hier jetzt nicht funktioniert ordentlich Ja, ich würde noch länger warten zum Laufen Achso, wir, okay Da steht gar keiner Aber in stand da noch einer Ja, aber der ist gerade automatisch in die Mitte gelaufen Ich hab hier rumgeklickt, eins die bekommen, hab nur noch hinten welche bekommen Das frühe Stören, es hat sich gelohnt Schon im Mittelfeld sind sie wieder im Ballgesitz Oh ja, ich drück nach oben, er spielt einfach nur nach vorne Kannst du vergessen, ey Kannst dir nochmal angucken Ach, jetzt kannst du noch ein drittes Mal auch noch nicht Oh, ich dachte schon, er hat schon wieder Freistoß bekommen Die Checkmode ist weg Und kriegen Freistoß Wir berühren den Ball, die kriegen Freistoß Wir berühren den Ball nicht, die kriegen Freistoß Das war das Das ist ein drittes Mal Die Flanke kommt gut Dann kann man nicht durch Das ist ein drittes Mal Das ist ein drittes Mal Was ist denn jetzt los, Torwart? Du bist befeuert! Hau den Ball doch weg! Ne, ich nehme ihn an! Ja, weil du ihn plötzlich steuern musstest. Ich weiß nicht, wie das kommt. Er musste das hier am Spieler vor auch. Keine Ahnung. Okay, das ist schlecht. Genau. Das war auch schlecht. Ich gucke vor allem, der andere legt sich auch erstmal hin. Was macht der jetzt? Egal, der kam an! Ich kann den nicht mehr... Das ist doch... Hätte ich mich jetzt gewohnt, wenn es nicht wäre. Also mich jetzt nicht gewohnt. Zum Empfänger wechseln. Okay, wo bist jetzt? Ja, du musst schon einen anderen da hinten nehmen. Habe ich. Okay, dann schlage ich jetzt. Nicht mal anderen! Ne! Hätte ich nicht mal hinterrennen können! Ne, ich weiß aber... Ich weiß auch nicht, wie das alles funktioniert. Ja! Ja! Das war nur Mann! Gelbkoppeln, die sind so ganz schön. Die Chance, die zweite Geld zu kriegen, ist so gut wie Brunnen. Empfänger wechseln. Ich drücke ihn doch! Ja, jetzt, äh... Okay, der Ball kommt! Yes! Genau wie gewollt! Ja, genau! Ja, hallo, man muss sich doch jetzt ein bisschen... Warte mal! Zu spät. Ey, die... Keine Ahnung. Den kriege ich doch! Mann, Torwart! Ja, Torwart! Ich hab den nicht rausgeholt! Ich auch nicht, ich kann den gar nicht rausgeholt. Vor allem war ich auch am Ball. Er gibt Abseits! Er gibt Abseits! Er gibt Abseits! Er gibt Abseits! Hey! Soll ich dir was sagen? Er gibt Abseits! Wunderbar kein Geld bekommen an dem Ball noch! Ich block den! Und der kommt trotzdem an! Hey! Unsere Spieler beschädigen sich gegenseitig! Ich kann nicht mehr, ey! Jetzt doch mal Schluss hier! Oh! Der kommt wieder am Ball, sag ich doch! Ich spiele sofort, aber der läuft jetzt aus! Mensch, diese Spiel, ne? Gut mitgespielt! Der geht im entscheidenden Moment dazwischen! Da ist die gute Vorsicht! Yes! Genau so! Du hast jetzt dein Revier markiert! Was war'n das jetzt?! Es ist mir in die Hacken gelaufen! So konnte ich nicht schießen! Lauf! Lauf! Hört das an! Ja! Ich weiß! Da kannst du nichts machen! Jetzt sehen wir die Ballbesitz-Statistik! Und die ist, wie wir die Spiele ja sehen, völlig ausgeglichen! Doch! Ich will dir kein Körper! Ja, weiß! Und schießt einfach weiter vorne! Und, kommt an! Ja, natürlich! Perfekt sogar! Als wär'n für nichts anderes geplant gewesen, dahin zu donnern! Ich finde dieser weite Pass! Jetzt wird es ein Jahr! Das ist ja nichts wahr! Oh! Warte! 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 Ihr schießt! Warte! Ach, ist einer verletzt! Von unserem! Ja! Ja! Ist deren! Also da wäre der Pass für den Mitspieler die bessere Variante gewesen! So schießt er aus der Distanz! Und Funko sagt überhaupt keine... Wir haben es noch nicht gecheckt, dass einer verletzt ist! Da springt er wie ein Springbok! Und die Grätsche geht ins Leere! Oh! Oh! Wieso spielen die den immer so weit im Moment? Ich verstehe das einfach nicht! Ja! Und das Spiel wird sagen... Wechsel die Mannschaft! Das Spiel wird uns sagen... Hört auf mit diesem Tisch! Die Grätsche! Und kriegen einen anderen Spieler auf einmal! Während der wieder aufsteht! Was machen wir denn das jetzt? Auf einmal hab ich einen Boost bekommen! Hahahaha! So gar nix! Na Gelkarten sind kein Schwein! Der Losing Streak ist real ey! Ja Mann! Weil die können das auch nicht gut! Mit diesen Passen nach vorne! Nö! Davon können die nur faulen und Ende ohne dass was passiert! Ja das konnten die davor aber auch! Ja! Die davor konnten dann wenigstens noch die Pässe schließen! Wenigstens! Das ist... Precht! Ne! Tut mir leid aber... Was willst du da machen? Ne! Doch nicht! Auch der Ball! Ne! Ne! Ja! Hier komm nix damit! Wir können zumindest noch unentschieden holen! Ja! Und hier dabei! Kann er sich den Ball holen? Ja! 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 Hau ihn rein! Elfmeter! Bitte! Ne! Nix! Gar nix! Ne! Ich glaub noch nicht dass es was war eigentlich! Ne! War es doch nicht aber... Mit trotzdem allen! Ja! Ja! Sollen wir's mal an! Erzählen uns die übelsten Mongos gerade! Ja! Ob EA weiß das Eigenwerbung stinkt? Oh! Gott! Ich habe, ich habe Willen! Ja! Ok, nevermind, ich wollte passen, aber nichts passiert. Die Schießen ist noch eins, ey, pass auf. Ja, könnte passieren. Erfolgreicher Zweiker! Erst recht, ich hab davor gegrätscht und er hat die gleiche Aktion gleich nochmal ausgeführt. Achtung! Hahahaha! Du weiter Mann! Das ist auf dem Fassi-Bohnen. Ich will nie mehr! Guck dir das mal an! Wozu kann man denn grätschen in diesem Spiel, wenn die immer nach Bagdad gehen, ey! Die legen sich einfach nur hin! Ja! Ich will da voll in die gegnerischen Mann reinballern und nicht... Hey, ich leg mich mal auf den Boden und suche Özil und Fred! Hahahaha! Oh Mann ey! Es macht doch keinen Spaß! Und wer hat's erfunden? Die EA! Scheiß Spasten, Mann! Nein, ich bezweifle mal, dass EA Fußball erfunden hat! Nein, die Engländer! Genau solche Spasten! Nein, ich möchte das Spiel... Das Spiel ist vorbei! Wieso willst du das fortsetzen? Hallo! Ja, du kannst doch versuchen, beide ein Tor zu schießen für uns! Wir hatten nämlich null Schisse aus dem Tor! Du musst erst die... Du musst erst die... ...höhepunkte angucken, Bo! Hahahaha! So... Und... Wie wir die Losing Streak weitermachen, sehen wir beim nächsten Mal! Denn... Wir freuen uns drauf! Haut rein! Und... Tschutu! Tschutu!